Und herzlich willkommen zu einer klitzenden kleinen Runde mit Scribble.io, zusammen diesmal mit Emerald und offenbar der sexy Plozai. Hi! Hallo! Ich würde sagen, du kannst einfach starten. Ach! Oh Gott! Ähm, ähm... Oh Gott! Nein! Ähm... Jetzt kommt's! Ich... Gott! Ich hab keine Ahnung. Warum krieg ich solche schrecklichen Wörter? Ja, ist so... Genau, wie ist... Ein schreckliches Wort. Ja, ein super schreckliches Wort. Ja. Ah! Hast du das richtig geschrieben? Nein, so, ne? Was? Wie schreib ich das bitte? Da. Nein! Was ist das? Das ist ein wunderschöner... Wunderschöner Mensch. Das sieht man doch. Warum er gerade um mich das an Wut? Was? Da hat dir sowas in der Hand. Ah, ähm... Oh, wie heißt der? Pampel. Geht um den da. Geht um Wut. Es geht... Es geht um... Was ist okay? Was der macht, oder? Schöne Haare. Klempner! Ach, das war doch einfach. Ja, hättest du Mario gemalt, hätte ich das besser erkannt, wahrscheinlich. Ne, das war zu einfach. Oh, hier sind ja echt wehre Wörter. Nämlich halt das hier, das ist sehr einfach, das schafft ihr bestimmt. Ne, ich gucke. Bestimmt. Das Wort ist drin. Ich hab dich mal angefangen. Ich zitzere zu sehr. Warum hab ich keinen Ton? Warum haben wir die so mitzitzen in der leeren Hand? Okay, wir haben kein Spielton, lebt damit. Habt ihr leise Musik im Hintergrund? Vielleicht oben links auf den Dingens? Nö, nö, das ist an, ich hab keine Ahnung. Achso, okay. Das ist schön. Oh nein, jetzt hab ich direkt einen Ohrwurm. Jetzt fang ich an, bitte fang ich an, bitte fang ich an. Ah, ähm. Ah. Oh, ich krieg gerade eine Bestätigung, das ist so. Ja, bei mir, ich bin nah dran. Ich hab irgendwas falsch geschrieben. Ja. Ey. Ist das ungewohnt, wenn man den Ton nicht hört? Es fehlt. Oh, es ist ein Lied. Ein Lied? Okay. Nur wieder Leute, ey. Was? Wie Leute? Ja, Leute halt. Wunderschöne Leute. Wo sind die Beine von dem Person hin? Hat keiner. Ah, nee, doch nicht. Okay. Oh. Äh. Ich hab keine Ahnung, wie es geschrieben wird. Ich muss, ich muss... Und der malt die Person einfach mal so. Ähm... Mann, bin ich scheiße heute. Das ist... Welchen Browser nutzt du, Emma Ruhl? Warte mal. Dann malt der noch schöne Augen hin. Welchen Browser nutzt du? Emma Ruhl? Äh, normal. Mann, bin ich schlecht heute. Ach so, du nutzt den Age-Browser. Ach ja. Ach ja, immer schreckliche Browser. Schreckliche Wörter. Ich glaub, du kannst... Ja, du kannst aber auf den Wörter, glaub ich, Rechtsklick machen. Abstrakt. Oh. Ja. Das ist echt schwierig. Also ich soll mal das so zeichnen. Ja, das ist echt schwierig. Ah, ähm... Das geht. Das ist... Das könnt ihr bestimmt erraten. Das ist... Das ist schwer und gleichzeitig machbar. Okay. So. Ich bin schon direkt am... Was hat das mit Rumble zu tun? Keine Ahnung. Das ist definitiv Rumble-Beast, ja. Jetzt zitter ich wieder. Toll. Äh, so. Volkswagen. Ja, es hat... Es soll ein Auto sein, ja. Und erkennt's. So, das reicht, glaub ich, erst mal. Und dann hier. Ich mach jetzt einfach mal Volkswagen. Warum ist eine Uhr am Auto? Keine Uhr. Das ist... Das sieht man... Also es geht sich auf jeden Fall um das da. Also ich hoffe, er erkennt das. Aber es geht nicht um die Marke selber, sondern... Ähm... Ist mir so ein Oberbegriff, was ich meine hier. Okay. Ah, nein. Ne, Moment, 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 Moment. Stopp, 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 stopp. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Nein, nein, nein. Warte. Wieso zeichnet ihr das jetzt nicht? Ich hab keine Ahnung. Achso, weil ich... Warte, warte, dass wir das noch einmal nicht erkennen. Das ist hier sowas. Da. Achso. Was? Was? Äh? Das ist irgendwie so ein... Ja. Kennzeichen. Okay. Warum machst du erst... Wow. Ja, ich war grad selber dumm. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf das Logo gekommen bin. Ich hab irgendwie so an Unterschrumpfen und alles gedacht, irgendwie man so Dinge markiert, so. Wieso bin ich mal letzter? Ich kapier's nicht. Ist halt schlecht. Das ist, diesmal nehme ich einfach einfache Wörter. Dann krieg ich mehr Punkte. Ich will auch mal leichte Wörter bekommen. Ja. Okay, dann mal schon mal drei Kacklumpen. Ja, du bist der Erste und bekommst, weil ich wäre ein Wörter. Mal Kacklumpen mit Haare. Was? Hilfe? Was ist das? Wurter dachte ich, es wäre ein Brötchen, aber jetzt gibt's keinen Sinn mehr. Ich frage mich, hä? Warum braun eigentlich? Das hier? Das hier? So? Wieso? Es hat sich aufgehangen bei mir. Komm, bis an die Herz. Okay. Also, dann hat sich das bei mir aufgehangen, okay. Weil ich sehe bei mir nur so einen halben braunen Kreis. Ähm, was? Ich bin komplett verbillt. Ich hab gar nicht die Chance, hier mitzumachen. Toll, was ist das? Aha. Könntest du neu connecten, oder nicht? Ja, und dann sind alle Punkte weg. Toll. Achso, stimmt. Aber der Timer läuft noch. Nur das Bild wird dich mit mir synchronisiert. Warum? Ich bin für Wodkick. Ich hab keine Ahnung, was du von mir möchtest. Jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Drei Kreise. Da hat schöne blonde Haare. Fette Menschen mit Herzchen und was weiß ich. Trimmeln. Ach, Drilling, ach. Ich hatte gerade so dran gedacht, weil ich mein... Oh, Mist. Drilling, gleich. Aha, okay. Ich will auch mal wieder dran. Das ist jetzt noch so. Siehst du was? Was? Bei mir steht noch, Paragon ist Schussing geworden. Okay. Okay. Ah, guck mal. Das kriegen wir jetzt hin. Ja, das gibt einen Dislike. Genau so wie das Video. Ah, ich weiß es. Ah, die übersteuert bei mir immer. Oder auch nicht. Ein Kühlerschrank. Ein Kühlschrank. Da sind solche Dinger drin. Ah, ähm. Ja. Erster. Ich krieg mir Punkte wieder. Sind zwar vielleicht nicht wirklich solche Dinger drin, aber... Doch, bei mir schon. Oh, wie nennt man das noch? Nennt man das? So wenig Zeit, dass man nicht noch was malen kann. Ich hab keine Ahnung, wie man das nennt. Eissapfen. Könnt ihr doch so eine Pinocchio-Nase hinmalen, wo auch so einer dran ist? Ich hätte jetzt gerne noch ein Eis gemalt, aber... Eissapfen. Boah. Ah, ich bin... Äh. Ich weiß, was ich nehme. So, äh... Nervt, dass ich keinen Ton hab. Das ist wunderschön. Ähm. Ein Klo. Ja, natürlich. Okay, ja. Das hier, was markiert ist. Da mal ich hier nochmal gern ein Wort hin. Oh, jetzt schreibt mich irgendjemand von meinen... Ha. Doch nicht. Erstmal auf Discord. Als... Das sieht... Beim Bild sieht mir aus, als hätte jemand da auf die, ähm... Club... Ja. ... und sich draufhören. Ja. Was sind denn das für Wörter? Ein bisschen ungesund. Ich nehme das. Das denke ich mir auch die ganze Zeit. Was sind das für Wörter? Ja, das... Die haben echt viele Wörter. Ich glaub, die übernehmen es einfach von Duden oder so. Keine Ahnung. Also irgendwann... Am Anfang war noch überschaubar, aber jetzt sind da so komische Wörter drin. Die haben immer so komische Wörter. Ich überleg echt, ob sie es von Duden übernehmen oder so. Aber es kann doch keine Library mehr sein, die sie da haben. Ne. Ich hab... Warte. Hä? Ich hab... Ich hab den Fehler auch. Das Ding am Spiel. Äh... Ignorier das. Ja, ich... Ich ignoriere es, okay? Wir ignorieren das. Ja, logisch. Ja, also bei mir muss ich aber nur einstellen, dass es also... Dass das Tablet eine Maus ist. Und dann hat es geklappt auf einmal. Ah, eine, ähm... Ähm... Ist das richtig geschrieben? Nein. Richts Klick? S? Ne, das kann es gar nicht sein. Da ist kein E. Ne. Mein Gott, gerade zweiflich an meiner Existenz. Mann. Der Hochschau hat geholfen. Äh, ich hab... Ah. Äh. Halt's. Finde ich gut. Äh. 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 Da kann man Rumblebeast kann man da drin verarbeiten. Das stimmt schon. Hast du das gelesen, Panda? Hat mir vielen Farben. Ich kann nicht. Ach, was ist das? Was ist das so dazwischen? Ähm, nee. Kann nicht das sein. Was ist das? Kann man damit so? Äh, es ist doch ein Hotdog. Nein, es ist kein Hotdog. So eine Schicht. Was ist das? Dann ist so eine Schicht. Dann ist wieder so eine Schicht. Nee. Ah, ähm. So eine Schicht. Äh, ich, ich... Reiner wahrscheinlich. Ist es das? Nee, das ist viel zu kurz. Mir fehlen Farben, ganz ehrlich. Ah, ich weiß es. Das ist jetzt so ein Zeugs drauf. Das ist aber nicht braun. Nein. Ich hab's falsch geschrieben. Ich auch. Also das waren definitiv falsche Farben für Lasagne. Jetzt erkrankt. Braun nehmen können. Ähm. Ähm. Was sind das für Würde da? Ich weiß nicht. So eine braune Lasagne. Ich würd die nicht essen. Er hat vielleicht Lasagne. Geil. So, ich nehm mal das hier. Das ist die schöne Farbe, find ich. Weiß. Ja, hübsches Grün. Sehr schön. Ja. Gefällt mir? Sehr hübsches Grün. Dann nehmen wir mal hier sowas hin. Ähm, ja. Vielleicht einmal auswählen. So. Das war das Falsche. So. Okay. Warum? Okay. Ähm, so. Warte, ich muss erstmal gucken, dass es hier auch verbunden ist, weil sonst wieder alles orange färben. Versuchst du einfach alle Farben zu verwenden, oder? Nein. Nein, nein, das ist so richtig nicht. Es geht um eine Uhrzeit, um eine Beschreibung. Was wir jetzt hätten, ja. Ah. Das hat geholfen. Ähm. Ich merke nicht, ich muss das für die nächste Aufnahme nochmal ein bisschen zurechtstutzen. Ähm. 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 Ich nehm los. Wieso bin ich wieder dritter? Ich will nicht dritter werden. Ihr habt alle schon 1000 Punkte und ich hab immer noch 900. Stop. Ähm. Was? Was? Was ist das bitte? Ich bin ein bisschen verstört. Ich auch. Ich glaube bei mir in der Schule hat das geholfen. Aktie. Wird das bitte? Das macht's nicht besser. Ein Instrument, oder? Ach, das ist doch... Ernsthaft? Nein. Ja. Was? Was? Ich hab die ganze Zeit an sowas gedacht, aber mir ist es nicht eingefallen. Ah, okay. Mit Huber. Versuch ein Typ zu fallen. Verschrecklich. Stammt. Wunderschön. Ähm. Das krieg ich hin. Wollen wir mal das? Ne. Das wollte ich nicht. Wenn du auf Blu-Screen. Vor allem, das sind so Wörter mit vier Buchstaben, das soll das eigentlich viel länger. Dann geht das hier so. Aha. Yay. Das schmeckt aber auch sehr lecker. Äh. Ja. Stimmt. Hä? Es geht so darunter. Wie ein Tornado, oder nicht? Das ist eine Seitenansicht. Ja, ja. Ein Wasser-Tornado, oder nicht? Ja, es kommt... Ja. Schon... Kann man so nennen. Ja. Tornado. Ah, ähm. Ha. Bravo. Ich geh jetzt an Tornado. Ja, aber ist ja nicht so falsch, also irgendwie. Ja, aber... Aber ich find's auch doof, dass sie bei solchen Wörtern, die eigentlich wiederum nah dran sind, ähm... Dass sie da nicht sagen, du bist, ähm, du bist schon ganz nah dran, versuch mal ein anderes Wort oder so. Ja, die Schuhe nehmen halt nur, ne? Was ist das? Von Wort her. Gott sei Dank bekommt es Füße. Das soll... Das soll Gott sein, okay? Das trifft ganz gut. Oder haben wir Wut? Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Sonst hätte ich das doch gar nicht gesagt. Hübsche Hände. Ja. Danke. So, aber man kann's noch nicht... Aber der sieht ein bisschen krank aus. Nein, Mann. Ich muss die ganze Zeit lachen. Man wackelt dabei. Ich brauche ein Stabilisator-Hilfe. Was? Was? Es geht hier um das da, ähm... Das dachte ich mir schon, aber was ist das? Ähm, naja, die Augen sind halt verbunden. Man könnte auch denken, das ist eine VR-Brille, aber nein. Aha. Ja. So, mach ich das mal so an. Kriegt ihr vielleicht noch so Katzenkopfhörer? Was ist das? Das hat nichts mehr damit zu tun, aber ja. Ich muss sagen, man kann's theoretisch erkennen, aber es ist schon... Ich stelle bei mir, siehst du da schön aus. Ja. Haha. Du hast so viele Punkte, ich hol euch niemals auf. Neh mal diese Plozei. Ja. Plozei ist schlecht. Ja. Das Plozei, ich nenne mich nie wieder so. Nur die ist dran schuld. Ich finde schon, wie ich so einen schlechten Standard gesetzt habe, und der sich jetzt komplett durchzieht. Wird alles so grob skizziert. Okay. Ähm. Was? Ähm. Äh. Ähm. Ein R am Ende? Ja, das R am Ende verwirrt mich total. Ja. Ja, das geht von den beiden. Ja, wirklich. Ach, finde ich doof. Hä? Ja, ist ja logisch, Mann. Oh, und R, hä? Das O hat mir dann geholfen. Warum, das weißt du? Ich kann ja auch noch das machen, um damit zu sein. Ich hab keine Ahnung. Hättest du da, genau musst du da hin machen. Ach so. Ja, doch dann. Oh Mann. Ja, gewonnen. Ja, dritte, damit hab ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ah, das war doch gut. Aber ich muss irgendwie mal die Seite neu laden, das ist schlimm. Hättest du ja während der Runde machen können, dann wäre ich ein Schlötzer gewesen. Nein. Nein. Tschüss. Oh, jetzt hab ich auch wieder Ton. Es habt kaum.